hallo freunde und herzlich willkommen bei lebenskart 12 10 ich begrüße euch zu einem neuen lebenskocht video ja ich mache diesmal chi köfte und zwar ohne fleisch ja das ist wer es nicht kennt chi köfte es sind so ja wie das bildschirm zeigt so halt wörtlich übersetzt rohe frikadellen so ähnlich ja aber das hier ist ohne fleisch freunde ist eine türkische spezialität normalerweise mag ich das natürlich mit fleisch aber ich habe mal so ein set besorgt und werde es zum ersten mal versuchen zu machen das ganze kommt von dieser marke hier hier steht in 15 minuten bereit und das ganze soll dann so aussehen im fertigen wenn es zu ende gemacht wurde wenn ich erfolgreich bin freunde wenn nicht jetzt ganz anders aussehen so innen drin hier ist also auf englisch google der sie tomato paprika sauce and sauce with pomegranate flavor das ganze ist made in turkey und wird dann acht bis zehn personen satt machen die ganze packung hier ist natürlich eher so ein snack als snack gedacht als ein vollwertiges abendessen und so sollte man das dann machen ja wenn ich gleich im video dann machen freunde oder versuchen zumindest und das ganze soll normalerweise 15 minuten dauern ja hier steht macht eine eigene chi köfte ja und das telefon super ja da wurden wir gestört vom telefon freunde so jetzt geht weiter und zwar brauchen wir dazu 500 milli oder halben liter wasser dann brauchen wir ein türkisches glas also teeglas voll mit entweder olivenöl oder halt sonnenblumenöl dazu kann man auch benutzen freunde werde ich jetzt nicht machen man kann auch zwiebeln rein schneiden 100 gramm ach so 100 gramm tase sollen das ist so diese grün zwiebeln ja dann versuchen wir es mal hier hoffe auf gutes gelingen freunde ich habe das mal so den tisch gestellt ich weiß genau nach anleitung machen und falls jetzt nachmachen möchtet freunde nach kochen dann könnt ihr das in türkischen laden finden wenn ich diese marke andere marken es gibt diverse marken davon wir müssen halt so alt in der chi köfte jetzt ist es ohne fleisch etli ist mit fleisch ja so ich lege mal das an die seite und also erstmal müssen wir machen wir erstmal auf wie das ganze geht also innen drin im paket ist halt das ist bulgur und ja wie kann man es übersetzen keine ahnung bulgur auf jeden fall und dann hier haben wir die Paprikasauce und hier die Granatapfelsoße die gehört auch dabei damit es lecker wird hoffe ich doch so mach das mal auf also es soll wirklich nur in 15 minuten klappen wenn ich es aufbekommen würde ja das ist natürlich die lasche aber wozu haben wir ein messer freunde das ist der vorführeffekt chi köfte finde ich super lecker ja und am besten natürlich mit fleisch aber sowas ist dann auch kann man sich dann auch gönnen so hier steht 500 milliliter wasser zusammen mit unserer mischung in einen dings behälter geben ach ich mach das mal aufräumen so dann kippen wir das ganze mal hier rein das ist das und dann kippen wir wasser hinzu ein bisschen vermischen würde ich sagen das auch alles wasser abbekommt ganze Mischung so alles nass wird schön ach ich liebe chi köfte freunde ich hoffe das wird auch wie wie ich das kenne so das ganze werden wir jetzt 10 minuten so warten lassen dass sich dieses bulgur halt bisschen aufbläht also bis gleich so Freunde jetzt sind ungefähr 10 minuten vorbei ich habe mal gerade geguckt was bulgur auf deutsch ist aber es gibt kein deutsches wort für bulgur bulgur ist bulgur Freunde ähm das ist halt wichtig für chi köfte so jetzt habe ich mal hier diese paprikasose die dabei ist werde ich mal rein tun ich hoffe das reicht auch alles weil es ist nicht gerade viel aber müsste klappen ähm falls es euch nicht zu scharf ist also wenn ihr es schärfer mögt müsst ihr dann mehr Sachen rein tun halt Paprika und sowas aber ich versuche es mal halt nur nach der Verpackungsbeschreibung zu machen Freunde so jetzt haben wir das rein getan und jetzt folgt die wie heißt das Pronatapfel Soße das bringt dann die Würze was auf englisch pomegranate flavor pomegranate flavor ihr könnt ja mal gucken bei google was heißt pomegranate ich meine Granatapfel müsste es auf deutsch sein so ich habe jetzt alles reingemacht so und dann meine Hände waschen und das kann losgehen so und dann meine Hände waschen dann versuchen wir das ganze mal das ganze wird dann 5 minuten per Hand gemischt und immer schön Jürmak heißt das auf türkisch Ci-köfte ich hoffe ich bekomme es hin Freunde ich bin so aufgeregt mein erstes mal wobei ich habe schon mal Ci-köfte gemacht aber das war in Anleitung und mit Fleisch also es wurde mir gesagt du machst so mach so und das war nicht so eine fertige Mischung sondern alles selber frisch aber das erste mal dass ich so so ein Dings benutze so eine fertige Mischung ja das ganze wird dann schön alles ineinander gemischt auch ich liebe Ci-köfte Freunde so natürlich muss alles gut vermischt sein und ich brauche die Uhr also 5 minuten und dann ein kleines Glas Sonnenblumenöl dazu gießen und dann weiter ein bisschen rühren und ich habe schon ein paar Ideen wie ich das dann servieren werde werdet ihr dann gleich sehen Freunde so schön alles zermatschen hier Hehehehe Ci-köfte ist wirklich eine Spezialität gerade aus der aus den südöstlichen Regionen von Türkei da kommen diese berühmten Ci-köfte her Jede Stadt sagt, ich habe die besten Cheeköfte Und die mögen das richtig scharf Also die tun da noch so ein spezielles Gewürz rein Das ist dann so richtig dunkel und das wird dann richtig scharf, Freunde Und wisst ihr, wie man weiß, dass es fertig ist? Ihr nehmt so ein Stück Mach das so und dann zack an die Decke Und wenn es kleben bleibt, heißt das, die Cheeköfte sind fertig So, ich mache noch ein bisschen weiter Rühren, mixen und wir sehen uns gleich wieder So, jetzt habe ich das Ganze 5 Minuten bzw. etwas länger gemischt Und alles schön Da packen wir jetzt ein Glas mit Sonnenblumenöl drauf Ich denke, das müsste reichen Und wir werden das Ganze nochmal so ein bisschen weiter rühren Und das ist wirklich eine türkische Spezialität, Freunde Falls ihr es noch nie probiert habt Ab zum nächsten Dönerladen Vielleicht haben die ja Cheeköfte dort oder macht es halt selber Mit so einer Fertigmischung Das Ganze noch ein bisschen weiter rühren Ich habe gerade ein bisschen probiert, Freunde Es ist nicht zu scharf Aber auch nicht so Ja, es hat genau die richtige Schärfe, finde ich Zu scharf ist auch nicht gut Dann brennt der Mund Aber es hat genau die perfekte Schärfe, würde ich sagen So, ich werde das jetzt noch ein bisschen weiter rühren Und das Ganze zeige ich euch, wie das dann geht Ihr nehmt so ein Stück Und so zwischen den Fingern, Freunde Zack, so sieht das dann aus Und das Ganze werde ich gleich mit Eisbergsalat und Lavasch servieren Ja, ein bisschen rund machen So, genau Das ist dann Cheeköfte, Freunde Das ist mega lecker Oh ja So Dann werde ich es gleich servieren Und mal gucken Wie es schmecken wird Bis gleich So, Freunde Mein Cheeköfte ist bereit Fertig Und ich habe hier Schön Eisbergsalat Schön gewaschen Und wie gesagt Das Ganze kann man dann auch mit Lavasch Dieses Brot hier Dieses dünne Brot Servieren Ich mache mal einen Und zeige euch, wie das dann geht Ihr nehmt ein kleines Stück So Und Drückt es halt In eurer Faust So ein bisschen Auch die Form Ist ein bisschen groß geworden Ein bisschen kleiner Machen So Das hier ist Cheeköfte Und ihr nehmt ein Blatt Vom Eisbergsalat Wir können auch normalen Salat nehmen So Das Ganze dann schon einrollen So Und Wir nehmen Ein bisschen Ein Stück Von unserem Lavasch Und wickeln Das Ganze dann Schön ein So Und Ja Ein bisschen Genau So Und fertig ist Das Cheeköfte Zum Verzehr So Ich werde Das erste Probieren Mal gucken Wie es schmeckt Ihr hört das Die frische Lecker Das ist wirklich Wie Cheeköfte Vorhin Einfach Genial Und auch so Für zwischendurch Schön mit Salat Und Lavasch Und Cheeköfte Ich nehme noch ein bisschen Einfach lecker So Dann werde ich das jetzt alles einzeln Aufrollen In Stücke Teilen In Lavasch Und Salat Einrollen Und dann Fertig servieren Ich hoffe Das Video hat euch gefallen Freunde Also ich kann euch wirklich empfehlen Cheeköfte Macht es mal nach Es schmeckt mega lecker Es hat so Die genau Die Richtige Würze Nicht zu Scharf Mag ich auch nicht Es hat genau Die perfekte Würze Freunde Das war Cheeköfte Bei Lavasch Ich hoffe es hat euch gefallen Ich sage bis demnächst Bye 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 Bis zum nächsten Mal.